. Sucht weiter! Siehst du ihn? Ich glaub der ist weg. Hier ist weg. Ich guck da drüben. Oua! Also gut! Hör zu! Wir müssen ausgeben! Scheiße! Such den Kerl! Achtung! Such da hinten! Und pass auf! Ziel gesuchtet! Rückseh vor! Unten bleiben, rüber an die Seite! Sofie, ruhe an die Seite! Wenn ich, du Teilzeit-Amateur! Nein, bitte! Den knöpf' ich mir vor! Hier kommt Verstärkung! Shit, er wird noch entkommen! Schiebt ihn von der Straße! Haben ihn! Haben ihn von der Straße! Stoß ihn! Wir sind vor Ort! Der Eis! Der Eis! Wir haben eine Knarre! Ich weiß, du bist da irgendwo! Du kannst mich nicht aufhalten! Ich weiß, du bist da irgendwo! Verstärkung ist los! Ich weiß, du bist da! Wir holen euch raus! Knall in ihn rein! Schubsid von der Straße! Los! Wir haben die Sau! Komm in! Fahr in ihn rein! Knall in ihn rein! Komm in! Komm in! Komm in! Komm in! Komm in! Komm! Komm in! Komm in! Komm in! Komm! Komm! Die werden beobachten, die sich ewig verstecken. Kleiner Mann! Gib auf! Du hast keine... Sie ist verwandelt! Hey, Herr Tuch! Komm raus! Wir machen viel! Du hast mich noch nie gesehen! Zeit, das Arschloch zu durchlöchern! Das ist nicht persönlich, das weißt du noch? Ballistische Stahlschiffen! Mach nur weiter! Das kommst du nicht durch! Ich war nur einen guten Treffer! Hörst du das? Ich seh dich! Oh nein! Du kannst den Spiegel umlegen! Gebaut! Schieß ruhig! Du machst mir höchstens der Feuer! Wir stecken! Wir stecken! Ah! 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 Muys! Ah! Ich kann länger als du, Amateur! 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 Wo ist das Arschloch? Bleibt wasser. Was zum Geier ist das? Aufpassen und haltet die Augen auf. Der ist schlau. Suche in dieser Richtung. Augen auf. Geht alles ab. Ich hab hier nichts. Weiter geht's. Findet ihn! Ich sehe nichts. Ich guck mal woanders nach. Augen auf! Der ist clever! Wir haben ihn! Sind da! Wir brauchen Hilfe! Shit, er wird noch entkommen. Er hat eine Kanone! Er hat eine Kanone! Oh! Christian, ich weiß nicht. Mann ist natürlich auch der Kernan. Der ist gut. Jetzt geht es. Der ist schlau. Der ist schlau. Ich versuche es. Wir halten hier, schlau. Wir kommen zu Schlau. Wir treffen uns her. Wir wollen den Schlag. Wer den Schlag haben? Sie ist ja gekommen. Ich versuche das schlau. Ich denke dich. Du kannst mich nicht auffallen. 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 Er versucht zu fliehen! Ganz ruhig, wir sind ja da! Der kann uns doch nicht abgehängt haben! Da! Los! Der kann uns doch nicht abgehängt! Der kann uns doch nicht abgehängt! Die Schreie ist nicht abgehängt! Die Schreie ist nicht abgehängt! Feindeheim! Fahr auf ihn drauf! Tu es! Auto verlassen! Holt ihn ein! Ist gut, Schäfchen! Wenn du nur! Ich hab ne Möglichkeit! Das ist doch scheiße! Jetzt haben wir Zugang zu Blooms HQ. Verdaunt. Sorry, dass ich gezweifelt habe. Es gibt doch keinen Grund. Ich bin Realist. Hör zu. Ich prokramiere einen kleinen Virus, der mich aus ihrem System löscht. Mann, bin ich gut. Dann spaziere ich mit dem Zugang und deinem Virus bei Bloom rein. Sicherheitslevel? Oh. Gute Frage. Man könnte sagen... Fett? Tja, dann muss ich sie... Etwas ausdünnen. Hast du ein paar Ihrer Lieferungen verfolgt? Natürlich hab ich. Schick mir Ihre Routen, dann machen wir ein bisschen Lärm. Gute Frage. Schick. Untertitelung. Schick. 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 Ich habe mich irgendwo im Internet gelesen. Na, zum Glück. Stell dir mal vor, wir hätten dieses Netzwerk nicht. Ich hoffe, es wird auch ein bisschen Mädchen. Gött ist bestimmt. Und die Schweine, die dahinter stecken.